Hey und willkommen zu Episode 3 meines Cyberpunk 2077 Let's Plays. Dann würde ich sagen, machen wir gleich mal weiter, wieder irgendwo mittendrin aufgehört. Ah, genau. Ah, ich kann in den Fahrer sitzen. Das heißt, ich darf tatsächlich Auto fahren. Das erste Mal. Na gut, wollen ja nicht, dass mein Auto von innen ein bisschen fleckig wird. Switch camera. Das wirkt nach richtigen. Fährt sich gut und hört sich gut an. Was will man mehr? Hab das noch ganz anders in Erinnerung. Hast du mal ein bisschen gespielt? Da war das Spiel nicht so fit. Manchmal... Achso, er sagt noch was. Manchmal lohnt es sich einfach ein bisschen zu warten, bis ein paar Bugfixes draußen sind und vielleicht auch das nächste DLC. Hey, die Frisur hätte ich mir beinahe ausgesucht. Ich glaube, wir haben dieselbe Haarfarbe. Okay. Okay. Hallo. Na gut. Während ihr hier rum macht, gehe ich mal zum Rapper-Doc und sammle ich hier noch Zeug ein. Das sieht doch richtig aus. Mein Arzt hat ungefähr ne selbe Location. Ich fühle mich also hier relativ sicher. Okay. Was ist ein Ripper-Doc? Es ist jemand, der Cyberware und Updates in uns installiert. Wunderbar. Das ist ein Ripper-Doc. Es ist gut zu sehen. Gut zu sehen, dass du auch bist. Gut zu sehen, dass du auch bist. Wunderbar. Oh, wow. Was habe ich dir das Freude heute? Die letzte Giga. Ich musste mich in einen Neuro-Sockett hinein. Ich glaube, ich hätte mich spiken können. Überraschung mit Migränen, Nausea, Hypersensitivität zu Lichter. Oh, Kidd und Kaboodle. Ach, nur Suppi. Ich habe einen neuen Fixer. Er hat mir einen Job gegeben. Der Name ist Dexter Deshawn. Ich habe eine gewisse Knoten von dem Nachmittag. Ich habe keine Verweilen, dass du aufgerüst bist. Aber was du nicht erzählst, Vick? Ich habe einen Geist, das alles. Ich habe ein paar Dinge gehört. Ich habe ein paar Dinge über Dex. Er ist nicht so chill wie er sich auszuhalten. Ich brauche ein neues Kuss, aber Tools, nicht Toys, Vick. Ich habe einen Moment auf meine Seite und habe einen Begriff. Ah, wunderschöner Dialog. Äh, nö. Na gut, einmal leih ich mir also noch Geld. Du sollst doch mich spritzen und nicht hier. Na gut, das ist ja wie beim Zahnarzt. Düstere Atmosphäre und all das. Tschüss im Hintergrund. Ach, da werden Erinnerungen machen. Was ist denn das? Anscheinend kriege ich ein neues Auge. Äh, okay. Oh, ein neues Gesicht bitte. Ach, das ist nur das Auge. Da kriegt man minus 20% auf Kamera Detection, äh, Kamera Erkennungsgeschwindigkeit. Und wir kriegen vierfach optischen Zoom, wenn wir scannen. Weil schon immer Zoom-Linsen in der Waffe, äh, in der Rübe haben. Kann man auch Waffel dazu sagen. Egal. Und wir kriegen etwas, damit es sich besser anfühlt, wenn man Dinge in der Hand haben. Kann es kaum erwarten, das heute Abend auszuprobieren. Oh, wir können das direkt upgraden. Irgendwie. Was bringt das Upgrade jetzt? Ah, ich verstehe. Die Meldung wird nicht mehr angezeigt. Kann ich das Auge auch gleich upgraden? Ne, ich glaube, da fehlt mir irgendwas. Äh, keine Ahnung. Int Commentary. Ah, Armor und Damage Resistance. Anscheinend können wir hier was auf die Schultern packen. Boah, warum nicht? Wenn es kostenlos ist im Moment, können wir auch nicht upgraden. Oh je, so viel Zeug. Äh, Frontal Cortex. Also direkt auf die Phrase. Okay. Kann ich mir hier nichts leisten? Oder hab nicht die, äh, den Skill dazu? Achso, angezeigt wird. Nur neues. Jo, ich glaube, solange ich so pleite bin, wird das nichts. Dann mach mal einfach mal weiter. Äh, muss ich noch was machen? Nö, ich glaube nur hier raus. Ich bin bereit. Ich bin bereit. Na gut. Her mit meinen Implantaten. Und mach so schön groß. Äh. Äh. Ich hab gar nichts gespürt. Ich kann dabei nie hinsehen. Na gut. Nachti. Und weg sind wir. Hier. Weiß nicht, ob ich das Schnarchen synchronisieren muss. Ich glaub nicht. Komm schon. Oh mein Gott. Ich kann sehen. Ach, das konnte ich ja davor ausschauen. Ja, normale Vision. Halt. Normale Vision. Halt. Okay, wir können jetzt Menschen scannen. Mh. Mh. Okay. Da können wir wieder Leute für Geld umbringen. Mh. Sehr schön. Mh. 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 Ich verspreche nichts. na gut keine sorge dann wollen wir mal ist jetzt schön ich kann jeden menschen hier ist eine katze eine sehr hässliche ja aber trotzdem eine süße bist du eine süße katze? ja ja bist du ach ich mag tiere aller art so kann ich euch scannen du bist ein kind hast noch nichts böses angestellt ist gut okay kann dir leider nichts geben du hast eine waffe das ist ja cool also ich muss wieder mit jackie reden kann ich mir davon burger holen nicht nur für dich hey listen ich habe diese delicte Sache das ist warum ich dich wirklich glaubte das number von cyberpsychotekten in der Stadt ist auf der Bühne das ist wahrscheinlich nicht news für dich aber diese Sache matters für mich für wenige Gründe gibt es Menschen sagen cyberpsychosis kann sich behandeln und ich weiß genau wie das so ist aber ich glaube sogar eine unproven Therapie ist noch besser als ein Bühne zu dem Blumen wenn ich einen Tipp bekomme über einen möglichen Angriff dann gebe ich dir einen Angriff vielleicht kannst du unterscheiden bevor der Max-Tag auf die Szene aber erinnern du bist nicht da jemanden zu erzeugen ich versuche den Angriff und werde jemanden zu erzeugen ich hoffe das ist alles klar glas klar okay sehr gut da hammer bisschen nicht auftragsmord sondern im auftrag der Regierung bisschen Leute nur mal kurzzeitig ausknipsen wieso leuchtet der denn gelb da vorne na was hast du angestellt nix aber ich kann ihn hacken glaub das lassen wir mal und du kannst was machen Geralt Winkler kann ich mit dir reden ok äh geht leicht all around us even within us your joys your worries your life for them it is all mere spektakel let's just say you're right so what should I just gouge out my optics thanks but no thanks you are beyond salvation but not the children of the future life untainted by surgery of the sacrilege ja ja gary der prophet hat vielleicht einen Punkt nein das werden wir jetzt nicht rausfinden hey du hast ein totenkopf symbol warum ok dich kann ich auch noch ein bisschen hacken scheint aber auch irgendwie ein detective zu sein lassen wir ihn am besten in Ruhe kriegt man nur wieder Ärger da geht's ja ab ok kann ich hier irgendwie helfen ok wir kriegen Streetcred hierfür ja dann immer her mit den Feinden wenn man nochmal dass man die nochmal überhitzen und die Cops sind mir freundlich gesinnt obwohl ich die dann ausschalte also nicht die Cops ja 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 also noch schießen sie nicht auf mich dann kann ich ja hier schön looten eine gelbe Waffe schön hier mit dem Zeug wir haben eine Waffe bekommen die abprallt ok oder die mehr abprallt als andere keine Ahnung können wir hier noch also da ist Glutschuldigung Officer ich glaub das hab ich fallen lassen hm das explodiert das ist ein Auto aber nur zum Distracten das fährt glaub nicht mehr was ist denn das was ist denn das da ist irgendwas zu essen drin warum denn nicht hm 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 noch irgendwas ich glaub da ist der letzte oh ne Zigarettenpackung heute ist mein Glückstag glaub dann sind wir hier erstmal durch ja ich glaub schon weiter geht's Dexter wartet ja schon die ganze Zeit auf uns schön immer eine Pistole auftauchen zu solchen Meetings das mögen die ja ich kann nichts hier oh du siehst grösslich aus na gut hallo äh gleichfalls äh das erste aber ich glaub ich muss hier cool erscheinen ja oh ja 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 Äh, glaub nicht. Äh, glaub nicht. Äh, glaub nicht. Rein mit dir. Ja, glaub nicht. Ja, glaub nicht. Ja, glaub nicht. Ja, glaub nicht. Äh, glaub nicht. Ja, glaub nicht. Äh, glaub nicht. Äh, glaub nicht. Ja, glaub nicht. Äh, glaub nicht. Äh, glaub nicht. Äh, glaub nicht. Äh. Äh, äh. Ich bin level 4. Ja, glaub nicht. Äh. Äh, glaub nicht. Äh, glaub nicht. Dex wants his talking to Royce. Gave the deeds of some Militech agent too, but I don't know how much help she stands to be. Hah. Sing on. Äh. Treues Auto. Äh. 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 Dann wollen wir mal. Dann wollen wir mal. Oh, hier ist ein grünes Icon. Weiß aber nicht genau wo. Ach, ich noch jemals mal. Irgendeine Nachricht ist reingekommen. Uh, uh. Alle Totenkopf, äh, Totenkopfsymbole. Ah, ich soll ja erst hier die Militechfrau anrufen. Äh. Ah, Dexter hat eine Nachricht geschickt. Okay. Unwichtig. Äh. Warnt uns nur ein bisschen vor dem Mailstream. Danke für die Info. Ach, er. Er sagt, äh, wir brauchen das. Und wünschen viel Glück. Oh, Viktor hat uns noch ein Geschenk gegeben. Äh, und was ist es? Äh, Kleidung. Unglaubbar Credits. Super. Okay. Er besteht darauf, dass wir gerade unsere Upgrades trotzdem noch bezahlen. Aber in einem sehr netten Ton. So, jetzt müssen wir rausfinden, wie ich anrufen kann. Komm schon. Das war es nicht. Da. Und wer war es? Meredith, glaube ich. Das war's. Das war's. Das war's. Und versteht also. Ja, schau mal. Okay. Wir haben eine neue Anangebote. wie die gewirkt hat. Uh, die mögen mich auch nicht. Können wir uns ein bisschen betteln. Komm, steig aus. Was habe ich euch getan? Ich bin doch nur vorbeigefahren. Jetzt kriegt ihr es aber mit mir zu tun. Jetzt lernt ihr mich kennen. Mist. Oh, was mir Schaden macht. Und zwar nicht an mir. Äh, ja, die... Das können wir, glaube ich, mal austauschen durch eine Shotgun. Oder was soll's? Nehmen wir mal hier die SMG. Die sieht nämlich so schön quietsche pink aus. Oh, und hat ein Visier. Da war furchtbare... Furchtbaren Recoil. Oh, ich habe keine Granaten mir. Das ist jetzt aber doof. Da ist fair genug. Ah, einer lebt noch. Hallo. Komm raus. Gut. Da haben wir schön aufgeräumt. Das müssen wir noch kurz looten. Gut, das sieht nicht sehr sicher aus. Na, können wir leider nicht sehr schießen. Das Bio-Hazard-Fass. Das ist vielleicht ganz gut. Sonst lassen wir sowas wie Corona nochmal auf die Menschheit los. Zumindest im Spiel. Das wollen wir nicht. Okay, hier brennt alles. Was habe ich denn noch nicht gelootet? Da sehe ich eine Waffe. Ja, damit... Hier ist ein Laptop. Warum auch immer. Ah, der sieht ein bisschen kaputt aus. Kann ich sonst noch was machen? Ne. Glaub, das war's. Oh, hier liegt noch jemand. Und eine Waffe. Die Liberty heißt. Ja, wunderbar. So, das war jetzt aber alles. Okay, was ist denn hier los? Es ist ja. Rein ins Auto und dann zum Wegpunkt. Bin ich noch richtig? Ja. Sieht gut aus. Ui. Schön driften. Ups. Autsch. Nein, ich höre so wie nicht. Wollt nur ein bisschen Spaß mit meinem schönen Auto haben. So, einmal nach links. Nochmal nach links. So muss das. Oh, im Tunnel sieht es aber auch schön beleuchtet aus. Oh. Das ist aber nicht gut. Will nicht, dass mein Auto mich tötet. So schlimm sieht das doch noch gar nicht aus. Oh, schade. Ich dachte, ich könnte spontan gegen die Wand krachen. Bin immer gut für einen spontan erschreckenden Auftritt. Ich warte mal, bis ich vor dir stehe. Ja, hallo. Was kann ich hier tun? Hallo. Autsch. Wie so immer ins Gesicht. Ja. Oh je, der stoppt sich bei mir ein. Ja. Shut your trap. Is that fucking thing ready? All set. Now answer my questions. Honestly, forthrightly. Are you here alone? Yeah. Yeah. Just little old me. It's the truth. Do a sweep, now. Now listen, Klops. This piece of shit, Anthony Gilchrist, is he your contact? Is he the one who leaked intel on the convoy? That guy? Never seen him before. Checks out. Listen, I know where the transport is. I can help you. Just want a favor in return. I told you, I fucking told you, I'm not the mole. Jesus Christ. Shut him up. Unhand me now, before I... Du kannst mich jetzt auch loslassen. Dankeschön. I need a bot. Flatheadmobber. Guys who ripped you off have it. Promise me that bot. I'll point the finger. You have a plan how to deal with them? Could just take it by force. But they're expecting payment. So I could go that route too. Fine. The latter. But on one condition. You pay with our money. Warum denn dies? Sounds solid enough. I'm in. Das ist bestimmt wieder eine Falle. Okay. Manche Charts, die wir so aufgeben, haben Informationen. Und die sind, äh, hinter irgendeiner Verschlüsselung. Okay. Wir können durch die, äh, Benachrichtigung da drauf gehen. Oder wir haben einen Charts-Tab im Journal. Okay. Das riecht hier schon nach einer Falle. Als ob da was auf dem Chip drauf ist. Ja, ja. Seh dich auch soon. Tschüss. So, jetzt haben wir die Charts. Dann schauen wir mal. Was haben die geschrieben? Journal. Journal. Und Charts. Okay. Encrypted Militech. Da haben wir's. Crack Security. Oh Gott, wie ging das nochmal? Hier ist ein Tutorial. Also. Wir müssen die Zeichen von der Code Matrix auswählen. In der richtigen Reihenfolge. Um das, um das, die gewünschte Funktion eben zu erreichen. Okay. Okay. Äh. Weißt du, ich hab da noch gar nichts gemacht. Ich hab da neue Escape gedrückt. War das schon so viel? Das sieht wie der Fällschuss aus. Ah, hier. Schaut's. Encrypted. Militech. Dann versuchen wir's mal zu Cracken. Also. Oh, da ist tatsächlich Malware drauf. Wir könnten das auch data minen. Kriegt man denn beides gleichzeitig hin? Wenn man mit nem 55 anfangen, braucht man ein BD. Wenn man mit nem BD anfangen, braucht man noch ein BD. Dann FF. Hm. Was mach mal? Wir könnten das neutralisieren. Mach mal doch das erstmal. 55. 1C. E9. Okay. Jetzt haben wir keine Malware mehr drauf. Aber wir haben's auch nicht kopiert. Vielleicht wäre das die schlauere Option gewesen. Na gut. Auch nicht schlecht. Dann geht's wieder zu Jackie, so wie's aussieht. Ach, der ist gleich hier oben der Wegung. Komme ich denn hier hoch? Ja, so garantiert nicht. Oh, mein Auto explodiert. Klopp bald. Na komm schon, du träge Möhre. Äh. Klappt das vielleicht zu Fuß? Ansonsten. Oh, jetzt hab ich gehookt. Jetzt weiß ich zumindest, was der Knopf ist. Ah, der kommt zumindest rauf. Und da sind Treppen. Und, wups. Bin ja überraschend sportlich. Da sind sie. Ja, ich höre. Ich höre. Sodex hat bereits bezahlt die Maelstromers für die Corporal Bot. Einfaches ist, dass die Gangun immer noch bereit ist, dass die Gangun die noch bereit sind. Er hat bezahlt in der Front? Echole. Na ja, egal. Lass uns diese Technik holen. Hast du noch ein Plan? Hast du ein Plan? Nein. Militech und ich, wir haben ein paar Gemeinschaft gefunden. Sie sind in der Bühne für den Bot. Es gibt viele Schrauben. Vergiss es, Jack. Es wird so, wie wir es nie hatten. Insofern. Wer weiß, wie diese Verhandlung wird. Ja, können wir mal gehen. Wer hupt denn hier die ganze Zeit? Hey, das ist ja praktisch. Die sind ja auch direkt. Okay. Au! Scheint noch nicht so, als ob alle Bugs raus sind. So. Interessantes Logo. Hallo. Don't know you. Want to talk to Royce? Dex sent us. Main room. We've been waiting. Oh, Laser. Cozy place. They could use a few plants though. Das finde ich auch. Oh, yeah. They look damn well prepared. Don't think I've ever seen security like this in a Chao factory. Gear from the Jack Convoy. Gotta be. Must have been all over it like maggots on dead meat. You hear about their boss, Royce? Dex mentioned them. Call them special. Okay, jetzt haben wir anscheinend uns nichts mehr zu sagen. Dann würde ich sagen, hier ist ein perfekter Zeitpunkt, die Episode zu beenden. Vielen Dank fürs Zusehen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss geht das pink direkt vor. Ich erinnere mich. Quentin. Ja, es war alles klar. Ich esseenses einfach recht, woher kier�. Wir machen meinen Eltern Sherlock. Mit mirсы. Zusehen. Vielen Dank.